Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Güstrow. Mehr als Energie für Sie. Weihnachtsmärkte an diesem Tag zu finden, ist ja nicht sonderlich schwer. Überall im Land gibt es welche und auch hier in Güstrow bei der VS ist an diesem Wochenende Weihnachtsmarkt. Aber wichtig für alle Weihnachtsmarktbesucher ist ja auch das Wetter. Wie wird es denn? Ich kann erstmal sagen, überwiegend trocken, wobei es die Sonne an diesem Wochenende etwas schwerer hat, sich durch die Wolkenfelder durchzukämpfen, aber ab und zu huscht sie halt herunter. Aber es bleibt auch eben trocken, sodass Sie das Feuchte von diesem Holzboden hier genießen können, Glühwein und Co. Temperaturen dabei gibt es, 1 bis 5 Grad, sowohl am Samstag als auch am Sonntag und auch die Nachtwerte, ich sag mal um den Gefrierpunkt eher im Plusbereich 1 bis 2 Grad. Die morgendliche Glätte ist nicht so zu befürchten wie in den letzten Tagen zuvor. Tja und apropos Glühwein, ich bleibe jetzt hier und harre aus bei den angenehmen Temperaturen und ab und zu Sonnenschein werde ich es durchhalten, bis hier der erste Glühwein kommt. Wir sehen uns bis zum nächsten Wochenende. Tschüss!